einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video diesmal hardware check ich habe jetzt eine ganze weile den controller von narkon benutzt für die ps4 ich werde auch gleich den noch mal hier hinlegen und euch nähere dazu sagen und zeigen vorab muss ich sagen ich war überrascht ich gebe es ehrlich zu ich hatte vor ich war voreingenommen weil so xbox style gebe ich zu aber ich wurde sehr schnell eines besseren belehrt also nicht mit der verarbeitung oder so die ist top da kommen wir später ohne zu ich meine alleine nur durch dass die das er drei und das steuerkreuz aus quatsch l3 und das steuerkreuz ausgetauscht sind sowie beim xbox controller das ist verdammt angenehm mit steuern vor allen dingen in days gone jetzt was ich gerade zocke oder auch in anderen mortal kombi habe ich damit gezockt finde ich das sehr angenehm und wirklich überraschend interessant die steuerung erstmal tut mir der daumen nicht mehr so oft weh und ich habe mich da sehr schnell ran gefuchst muss ich sagen ich hatte erst so die bedenken ich komme mit damit nicht so gleich klar weil der ist ja schon nicht den daumen so sondern nach oben aber es ist angenehm und natürlich und wirklich top eins habe ich zu bemängeln ist aber wirklich meckern auf hohem niveau für meine dicken finger finde ich die coolen etwas zu klein also da hätte ich mir größere gewünscht sowie beim original playstation controller vielleicht aber das ist wirklich das einzige was ich zu meckern habe ich werde euch jetzt mal rüber runter schwenken so ich habe dir jetzt mal beide hier nebeneinander liegt ihr seht der playstation gerade an ich sitze hier an meinem pc tisch wir streamen ja gleich in knapp einer stunde so ihr seht hier leuchtet das licht ist es weil er an ist ich mache jetzt mit dem steuerkreuz und jetzt mit dem analogsteak funktioniert alles super wir haben hier ein touchpad und hier ist das steuerkreuz nicht hier oben sondern hier unten und hier die und ich kann ja mal dann kann man das vielleicht ein bisschen besser sehen wenn ich die jetzt so untereinander lege da seht ihr dass das hier beim original ein bisschen größer ist es ist so nicht so tief also hier haben wir eine tiefere einsparung also die vertiefung ist hier tiefer als beim originalen da ist ja so ein bisschen erhöhung das ist sehr angenehm bloß die größe die größe das ist wirklich mein manko nicht es ist nicht übermäßig schlimm aber für meine dicken finger würde besser sein wenn das vielleicht noch ein bisschen größer wäre auch das hier oben das müsste auch noch etwas größer sein aber das ist wirklich meckern auf hohem niveau dann habe ich hier ist die optionstaste und da ist die share taste genau wie beim original controller beim original controller geht es ja hier so ein ich muss mal gucken so dass ihr das seht geht es ja da so ein stück runter so das ist hier jetzt halt nicht hier haben wir eine ebene fläche wo die wo der optionsknopf ist und da bin ich ab und zu mal im spiel dran gekommen wenn ich zu schnell hier button smashing gemacht habe dass ich auf dem options runterrutscht bin und dann bin ich auf dem optionsknopf gekommen so auch hier da haben wir keine vertiefung so wie beim playstation knopf beim playstation controller da ist ja so eine vertiefung beim share knopf aber da bin ich noch nie drauf gekommen also wenn ich hier so steuerst da rutscht du nicht so weit runter also das ist überhaupt kein problem plus also hier müsste man vielleicht dann noch irgendwie eine vertiefung oder den stück höher oder vielleicht schräg setzen oder so aber ist auch nicht immer ist nur bei mortal kombat bin ich da halt öfters darauf gekommen aber sonst halt nicht so vom design her seht ihr der ist dem xbox controller sehr nah aber mit playstation dieser knöpfen und alle zum playstation design mäßig oberfläche maus pad haben wir auch wir haben aber kein licht hinten sondern nur ein usb wir haben aber auch für kopfhörer können können den kann man da anschließen das ist kein problem wir haben aber kein lautsprecher intern hier ist ja der lautsprecher da hier ist der nicht dran die ist der playstation knopf hier ist er dann halt da da gibt es überhaupt kein problem ich habe erst gedacht da muss man irgendwas einstellen machen tun irgendwas dergleichen dass die playstation weiß er hat keinen lautsprecher am controller muss man was umstellen im spiel oder so gar nicht war angeschlossen der usb stick hängt ja dran man kann mit dem controller die playstation nicht anschalten nur ausschalten und danach blinkt wie sagt die led weil der die verbindung zum usb weg ist und dann muss man den playstation knopf gedrückt halten und dann ist der controller auch aus wenn man es nicht verhisst ist er halt leer oder geht dann irgendwann selber aus das weiß ich nicht das habe ich nicht getestet ich habe es immer rechtzeitig ausgemacht ja das mit der mit der mit der screenbar also mit dem licht also das finde ich jetzt nicht schlimm dass sie weg ist muss ich sagen ich weiß nicht ob der ein oder andere das schlimm findet man braucht es ja nicht regelmäßig von daher kann man darauf verzichten mit dem lautsprecher wie gesagt intern das spiel erkennt die playstation erkennt sofort an da ist kein lautsprecher innen drin ist er noch ein vorteil in spielen also für mich jetzt als streamer wenn wenn ich ein spiel spiele was den internen lautsprecher nutzt wie day is gone wenn ich jetzt so ein memo höre geht immer der interne lautsprecher vom controller an ich habe keine einstellung gefunden wo ich das ausschalten kann habe ich nicht gefunden keine ahnung ich kann den laut und leise machen aber ich kann den nicht ausschalten da habe ich dann halt mit dem natürlich glück weil da ging kein lautsprecher drin ist da kommt das automatisch auf headset und das ist dann natürlich positiv für euch dadurch hört ihr das auch und nicht nur über das über das mikrofon ein bisschen leise und ein bisschen dumpf ist ein vorteil wie gesagt haptik also verarbeitung erste sahne erste sahne ist absolut bombig kann ich nicht schmeckern haptik war ich auch überrascht da der so xbox style mäßig vom controller her ist aber war super liegt super in der hand kann ich mich nicht beschweren hinten ist halt auch nicht so ein fettet akku pack wie man es vom controller vom xbox controller her kennt die im gegensatz warte ich muss euch noch zeigen die tasten ich weiß jetzt nicht sind die jetzt beim xbox controller auch so dass die hier so dreieckig sind also die tasten hinten finde ich echt klasse im gegensatz zu dem original tasten von der playstation die sind hier so ne das sind doch die sind hier so dünn sieht man das und so ein bisschen hoch gebogen sieht man das ja das sieht man ja und da weiß ich nicht wenn ich den controller hier vernünftig halte da kann ich schon mal vorkommen dass ich hier so ein bisschen abrutsche und hier bei dem ist das halt ein bisschen größer also wir haben jetzt nicht nur so schmal sieht man das so richtig für das dreieck und das ist auch nach innen gewölbt ich weiß nicht so sieht man das vielleicht so ein bisschen der ist jetzt nicht gerade so wie der playstation der ist hier so nach innen so gewölbt ich mach mal so von oben dann kann man das vielleicht ein bisschen besser sehen so und der geht richtig weit rein und der originale der ist ja komplett gerade seht ihr das? komplett gerade und der ist hier halt schön gewölbt also der passt sich wirklich extrem geil der Hand an das zocken mit dem ist wirklich eine absolute Freude wie gesagt das einzige was ich wirklich ein kleines Manko habe mit meinen dicken Daumen da würde ich mir die kleinen runden Dinger also die Analog Sticks die würde ich mir einen Ticken größer wünschen einen Ticken größer ich weiß einige von euch haben sich das nach meinen Videos schon gekauft und haben mir dazu Feedback gegeben die sind genauso zufrieden wie ich da erstmal alle Dankeschön für euer Feedback was ihr mir jedem habt und damit ihr auch damit so zufrieden seid wie ich ja dann würde ich sagen dann wartet jetzt hier auch wenn ihr dazu noch Fragen habt zu dem Controller in die Kommentare fragt mich im Livestream also wie gesagt das ist jetzt ein treuer Begleiter in meinen Livestreams vor allen Dingen bei Shootern ist das wirklich sowas von angenehm zu zocken äh ich hatte vorher immer halt Probleme mit dem rechten Daumen dass der wenn ich viele Stunden gezockt habe dass das halt ein bisschen ja weh getan hat äh hab ich jetzt nicht mehr ist so angenehm also absolut von mir totale Empfehlung ein klasse Controller wie sagt das eins hier beim nächsten Modell vielleicht die äh Analog Sticks einen Ticken größer machen damit auch dicke fette Finger wie meine ein bisschen besser da drinnen sitzen und dann gibt es gar nichts mehr zu meckern so dann würde ich sagen dann wartet ein Däumchen wäre ein Träumchen wie immer wir sehen uns im nächsten Video bis dahin haut da rein Ahoi sagt euer Odin bei einem Vielen Dank.